Ich lerne Deutsch. Nummer 8831 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Was ist passiert? Hat dir jemand eine schlechte Nachricht geschickt? Was ist passiert? Hat dir jemand eine schlechte Nachricht geschickt? Ich denke die ganze Zeit darüber nach, aber mir fällt absolut nichts ein. Erzieherinnen brauchen viel Einfühlungsvermögen, Geduld und Kreativität. Erzieherinnen brauchen viel Einfühlungsvermögen, Geduld und Kreativität. Welche Städte reisen würdest du gerne mit der Bahn unternehmen? Welche Städte reisen würdest du gerne mit der Bahn unternehmen? Welche Städte reisen würdest du gerne mit der Bahn unternehmen? Die Fähigkeit eines Menschen, glücklich zu sein, ist ein Geschenk, das wir schätzen und bewahren sollten. Die Fähigkeit eines Menschen, glücklich zu sein, ist ein Geschenk, das wir schätzen und bewahren sollten. Die besten Erinnerungen sind wie sonnige Tage, die nie verblassen. Die besten Erinnerungen sind wie sonnige Tage, die nie verblassen. Ich suche die Infos auf meinem Tablet und zeige sie gleich auf dem großen Monitor. Ich suche die Infos auf meinem Tablet und zeige sie gleich auf dem großen Monitor. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich suche die Infos auf dem Weg. Bleib. yahhg